das andere Wasserfass steht die Wale noch mal Pipi machen und dann ab ins Bett da ist Pipi machen? ooooh ach der Dirk wieder hat er nicht verstanden ne hat er nicht aber guck mal hier sehr geil die Möpfe ich so hinüber mit welchem Fahrt? mit diesem hier mit John Deere bin ich glaube ich noch nie gefahren dann fahren wir jetzt mal mit dem gucken wir doch mal ob wir das Fass finden hier denn jetzt du bist doch hier hast du ein zweachsiges Fass gesehen? ich hätte jetzt ein Göllefass gesehen grünes mehr auch nicht ich habe heute Glück ey das ist doch ganz er fährt aber auch gegen alles heute bei den Köttervollwaschanlagen die ich da gucken ob da was ist bei den Köttervollwaschanlagen bei den Köttervollwaschanlagen bei den Köttervollwaschanlagen Und dann gucken wir uns noch mal hier um. Aber auch da steht was davon. Mit den Bremsen, das funktioniert jetzt überhaupt nicht. Ne? Kann das? Kann das so. Kann das so gut sein? Kommt ein kurz. 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 Okay, so können wir fast auch, okay? Sollte, 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 sollte. Jochen, okay. Ah, das ist das andere. Alles klar, gut. Ja, dann machen wir hier Feierabend für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich denke mal, wir sind am Montag wieder für euch da. Hier wieder auf der Hamburg. Wie gesagt, schönes Wochenende. Schaut bei YouTube rein, das wird uns sehr freuen. Und lasst einen Daumen nach oben da bei dem Video, das ist schon mal hilfreich. Alles klar, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.